Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 379. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Mann, der mit allen Wassern handgewaschen ist, der Herr Basti. Gute und Grüße, mein lieber Freund. Und die Frau Katzenmutter Alex. Servus. Wieder irgendwelche Fasane angeschleppt oder sonst irgendwas? Nein, wir sind tierfrei diese Woche. Ich hoffe, das bleibt so. Mal sehen, was in so 32 Stunden Podcastaufnahme noch alles passieren kann. Ich habe versucht, sie auf Schwein zu trainieren, dann habe ich was davon. Ich habe gelernt, Wildspeine muss ich fangen, die liegen immer irgendwo in irgendwelchen Swimmingpools rum und sind ganz leise. Nur wenn Alpakas in der Nähe sind. Ja, ich muss am Wochenende mal gucken, wir haben hier so Wanderlamas, da muss ich mal vorbeigehen, mal gucken, ob die auch so aggressiv sind, ob da rundherum auch alles so still ist. Ja, ich werde berichten. Berichten müssen wir auch, oder reden müssen wir auch über die Eintracht im ersten Rückrundenspiel gegen Hoffenheim. Augsburg hat den Niederlechner zum Niederknien, Dortmund hat den Hedrick Haaland, wir haben den ganz guten Gacinovic. Dieser Gacinovic, der ist ja auf einmal so sicher am Ball. Ja, wobei man schon sagen muss, also der war jetzt nicht so schlecht in dem Spiel. Grundlegend zu der Aufstellung, wir haben tatsächlich gespielt mit einer Viererkette, wie wir es auch erwartet haben. Wir waren relativ gut, was unsere Aufstellungsthematik angeht, mit dem kleinen Unterschied, dass wir tatsächlich mit einem 4-2-3-1 gespielt haben und dementsprechend nur Dost vorne und Gacinovic in der Mitte und einem Chandler als rechte Offensivkraft, was mich am Anfang bei der Aufstellung, als ich die gesehen habe, doch sehr verwundert zurückgelassen hat. Aber der Trainer hat sich viel dabei gedacht und das hat funktioniert, weil Chandler war auf der Position jetzt nicht schlecht und Gacinovic in der Mitte, für mich auch ganz okay. Ich bin immer noch ein bisschen nervös, wenn der da in der Mitte am Ball unterwegs ist, aber vielleicht liegt das auch nur an mir. Wie war denn so eure Empfindung bei dem Spiel? Ich hatte verschiedenste Empfindungen bei dem Spiel. Fangen wir mal mit der ersten an, Basti, welche war das? Erzählt nur die, die vor 22 Uhr tauglich sind. Ich trinke momentan nicht, also das ist alles Jugendfrei, was ich momentan mache. Also vorm Spiel habe ich ein bisschen Schiss gehabt, klar, haben wir ja schon besprochen. Dann war ich aggressiv, weil in Hoffenheim, Sweet Caroline scheinbar vor dem Anstoßen nochmal gesungen wird, wo jede Tribüne einzeln das Oh-Oh-Oh mitmacht. Da weiß man wieder, warum man solche Vereine ablehnt. Das kennen die Leute vom Dorffest letzte Woche, da haben wir das auch gesungen. Genau so hat das gewirkt. Also es hätte noch gefehlt, dass Eke-Hüftgold um die Ecke kommt und das Spiel nicht gar nicht angepfiffen wird, sondern dass dann Schlager-Party stattfindet. Eke-Hüftgold, weißt du? Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Parallelwelten. Dann muss ich sagen, hat die Eintracht mich in der ersten Abseite ein bisschen beruhigt. Also weitestgehend. Das Spiel war gut. Die Reaktion, die ich in Paderborn schon erwartet hatte, die hat hier stattgefunden. Also die Eintracht hat zumindest das, was sie gesagt hat, zumindest von der Einstellung her gezeigt. Also die Mannschaft war da, die eine hat für den anderen gekämpft. Also zumindest die erste Halbzeit war sehr, sehr gut. Daher hätte die Eintracht auch höher führen müssen, meiner Meinung nach. Da werde ich jetzt das letzte Negative heute über Gercinovic sagen, das war wieder Gercinovic live. Also dieses Ding, wo er in die Mitte passen wollte, was da? Gott, der hätte ich... Ja, also da muss er entweder das Tor selbst machen und oder verzögern und warten, bis Torst wirklich frei ist. Aber das war wieder, das war genau wieder, was wir immer sagen, das war der falsche Knopf auf der Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube, da war er sich halt wirklich unsicher. Soll ich jetzt passen? Soll ich schießen? Lege ich da irgendwie vorbei? Ja, speich ich wenigstens. Mach nicht beides. Ja, das ist ja das, was wir in der Vergangenheit immer kritisiert haben, dass diese Entscheidungen bei ihm einfach viel zu lange dauern. Und das war wieder genau diese Situation. Ja, aber ich muss dann sagen, das war das letzte Negative. Ansonsten war er für mich einer der Besten. Vielleicht ist diese Position hinter den Spitzen oder hinter der Spitze, vielleicht ist sie für ihn sogar ein bisschen besser, weil er da nicht so eine unfassbare Verantwortung trägt. Sondern er kann, das, was er gut macht, sowieso schon immer, ist, der ist immer sehr, sehr viel unterwegs. Also der lässt sich nie hängen, sondern der ist sehr, sehr viel unterwegs. Der probiert zumindest in die Zweikämpfe zu kommen, hat so ein bisschen dieses Pressing verbessert, finde ich, in der ersten Halbzeit zumindest. Und ist dann, wenn er nicht in diesem Maschinenraum Achter, Sechser ist, dann kann er auch nicht so viel versauen, in Anführungszeichen. Ja, wobei, wenn man sich anguckt, wo er zum Teil im Spielaufbau positioniert war, dann war Dost wesentlich weiter hinten als er. Also er hat zum Großteil schon vor den Spitzen agiert. Und ich persönlich fand ihn am besten in dem Moment, wo er zum Beispiel bei der Vorlage von dem Tor von Dost da auf die rechten Außenbahnen gegangen ist. Das wäre tatsächlich auch die Position, wo ich ihn in dieser Rückrunde jetzt mehr gesehen hätte. Und das hat sich da auch für mich ganz klar gezeigt. Ja, aber du bist ja nicht komplett dann darauf festgenagelt. Da hast du ja gesehen, er hat ja diese Vorlage trotzdem von außen gemacht. Ja. Wenn du in so einer offensiven Dreierreihe bist. Ich muss sagen, also umso weiter vorne er ist, umso besser finde ich es. Weil da, wenn du da Fehler machst, wiegen die nicht so schwer. Und wenn du da was Geiles machst, dann kann ein Tor bei rauskommen, weil diese Vorlage hat er schon super gemacht. Die war mega geil. Also im Zusammenspiel sowohl Dost, der ganz klar sagt von wegen, ey, ich laufe hier in die Lücke, spiel mit denen auf einen kurzen Pfosten. Und dann Gacinovic, der das Ding halt auch einfach dann mit einem ordentlichen Schnitt da reinbringt. Also das war schon im Zusammenspiel eine sehr geile Geschichte. Ja, und Dost macht das halt auch. Das ist halt das, was Dost machen kann. Ich glaube, mehr sollte man von Dost auch gar nicht erwarten. Das ist trotzdem eine Qualität, die haben nicht viele. Also sich da so reinzubuchten in diesen Ball, das ist schon merkwürdig. Vor allem im Moment abzupassen, vor den Innenverteidiger zu kommen. Das ist ja auch ein bisschen was an Timing. Also du hast diesen einen Schritt, den du schneller sein musst, wie dein Gegenspieler. Und den hat er halt echt super gemacht. Da geht es gar nichts. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat das in der ersten Halbzeit unter den Umständen, unter denen wir uns befinden, hat mir das gut gefallen, weil das war eine klare Steigerung. Also das auf jeden Fall. Vor allen Dingen musst du am Anfang gesagt, die Einstellung hat gepasst. Die haben sich reingeworfen, du hast gesehen, dass jeder Bock hat und auch jeder bereit ist, egal wie viele Extrameter zu machen. Und das ist halt genau das, was die letzten Spiele gefehlt hat. Ich bin aber noch nicht ganz euphorisiert. Ja, ich auch nicht. Weil Hoffenheim einfach auch gerottend schlecht war in ganz vielen Teilen. Also wenn du dir allein das 2 zu 1 anguckst, also Chandler ist gewiss kein Kopfballungeheuer. Und wie lange der auch in der Luft war, um dieses Ding zu machen. Der kommt ja 50 Zentimeter über dem Boden angesegelt, so langsam. Also das war ein Kopfballtor in Zeitlupe. Wie man sowas nicht verteidigen kann, ist mir ein Rätsel. Die gleiche Frage könntest du stellen bei dem 1-1 von Hoffenheim, das ja auch mehr Glückstor als alles andere war. Ich meine klar, die eigentlich einzigen wirklich annehmbaren Offensivaktionen in der ersten Hälfte und zum Anfang der zweiten Hälfte hatten sie durch Hübner, der die einen oder anderen Kopfball da hatte. Aber dieses 1-1, wie das da irgendwie auf gut Glück da hinten reinsiegelt, also das hätte auch nie im Leben eigentlich passieren dürfen. Das ist halt so ein Sonntagsschuf. Ich wollte gerade sagen, das kannst du nicht verteidigen, sorry. Das ist einfach ein Lacktor, dass das Ding da so reinfällt, der Linksverteidiger, der ist jetzt auch nicht dafür bekannt, der feinste Fuß zu sein. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, der Trapp sieht den Ball halt auch mega spät, weil drei Leute vor ihm in der Sicht stehen. Der Trapp hatte keine Chance. Genau. Wenn der den Ball ein bisschen früher sieht, dann hat er eventuell auch eine Chance, das im richtigen Moment für die Parade anzusetzen. Aber das ist ein Glücksding, das passiert. Aber ich meine, das haben wir in Paderborn halt auch gesagt. Da sind halt auch zwei Sonntagsschüsse einfach reingegangen. Aber da hat halt auch die Einstellung nicht gepasst. Ich wollte gerade sagen, der größte Unterschied hierbei im Vergleich zum Paderborn-Spiel ist, dass die Mannschaft zwar im ersten Moment auch ja so ein bisschen durch den Wind war und gefühlt nicht so richtig wusste, was sie da jetzt tun soll. Aber sie es zumindest geschafft hat, aus diesem Tal der Tränen, nenne ich es jetzt mal so ganz pathetisch, irgendwie wieder rauszukommen. Also sie haben ja dann wieder zu ihrem Spiel zurückgefunden, trotz dessen, dass der Gegner spielerisch ja nicht viel angeboten hat. Und das fand ich halt die große Steigerung im Vergleich zu Paderborn. Was dieses Thema Einstellung und jeder rennt und jeder kämpft für den anderen. Ja, es war besser. Es ist aber noch nicht auf dem Niveau, wie wir es aus alten Zeiten gewohnt waren. Also da sehe ich noch so ein bisschen sprichwörtliche Luft nach oben. Ja, aber Leute, da müsst ihr euch, glaube ich, ein bisschen beruhigen. Also ganz ehrlich, dass das nicht sofort von 0 auf 100 geht, war doch klar. Also ich glaube ganz ehrlich, das, was wir jetzt da gesehen haben, ist momentan das Maximum. Du kannst nicht vor einem Monat gegen Paderborn so spielen und dann erwarten, dass wieder die Eintracht-Auropa-Pokal-Mannschaft aus dem letzten Jahr wiederkommt. Nee, kannst du so nicht, weil es ja nicht diese Mannschaft ist, in dem Fall. Ja, aber ich, also ganz ehrlich, klar ist das kein Grund zur Euphorie, weil das ist auch erst nur ein Test. Also die Eintracht hat dann natürlich auch, die Eintracht hat dann auch verlieren können, weil was mich ein bisschen beunruhigt hat und da habe ich ja gesagt, viele Gefühle während dem Spiel, nach diesem glücklichen, auf jeden Fall glücklichen 1 zu 1, hätte ich eigentlich erwartet, dass die Mannschaft weiß, dass sie besser ist und dass, wie Alex gesagt hat, dass das ein sehr beschränkter Gegner ist und dass sie dann eben nicht mehr so schwimmt. Da war ich kurz schockiert, weil ich dachte, ach du Scheiße, da habe ich mich an Halbzeiten, zweite Halbzeit auf St. Pauli zum Beispiel erinnert gefühlt, zweite Halbzeit in Mainz zum Beispiel, wo du denkst, was ist los, was ist da jetzt passiert, wie krass fragil ist dieses Gebilde, dass die so einbrechen, in Anführungszeichen, da hätte Hoffenheim auch in Führung gehen können und dann kommt dieser Kopfball, aber das musst du halt, egal wie schlecht das verteidigt ist, aber du musst halt auch Bock darauf haben, das zu machen und die Eintracht hatte nicht nur diese Chance, sondern auch mehrere. Das ist trotzdem für mich arg beruhigend gewesen, zu sagen, okay, die Mannschaft ist auf jeden Fall mental besser, natürlich ist das kein Grund zur Euphorie. Ich glaube, das hatte aber auch keiner. Ich habe niemanden gehört, der gesagt hat, boah, haben die geil gespielt, die Eintracht ist wieder da, sondern das ist dieser logische Schritt, den du jetzt machen musstest, den du aber auch gemacht hast und das muss man, glaube ich, auch festhalten. Also vielleicht, wenn wir mal alles Positive aufzählen, können wir sagen, die Motivation stimmt wieder. Wir haben ein System jetzt gefunden, mit dem wir jetzt nicht baden gegangen sind, sondern das durchaus funktioniert und wo man sehen kann, dass da noch so ein bisschen Möglichkeit nach oben drin ist. Ich fand, dass wir in der Gegenbewegung extrem kompakt standen. Sie standen ja quasi alle in so einem Abstand von einem halben bis einem Meter da auf der Mittellinie. Also auch da einfach diese Grundformationen fand ich extrem bemerkenswert, dass wir einfach dem Gegner unwahrscheinlich wenig Räume angeboten haben. Und wir haben uns sogar was einfallen lassen, was Ecken angeht. Diese Variante, die sie da in der ersten Halbzeit hatten, wo Kostic das Ding leider nur gegen die Latte da zimmert. Ah, geiles Ding. Also auch da... Mega, mega. Es läuft. Die Eintracht hätte 3-0 führen können. Und dann hätten wir, glaube ich, ganz anders geredet, trotzdem. Und die Eintracht hat aber auch kurz sich verunsichern lassen, hat aber dann dieses Spiel gewonnen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es wurde dann auch am Ende hin, war die Eintracht trotzdem mit 3-1 näher als hoffnend mit 2-2. Das muss man halt auch sagen. Und das ist auch in Ordnung, weil Hoffenheim ist jetzt trotzdem auch kein Lulli-Gegner gewesen. Also trotzdem haben... Die haben Dortmund zu Hause geschlagen übrigens. Also kann man trotzdem 6 Punkte gegen Hoffenheim holen. Diese Saison nicht alle Mannschaften, wie man gesehen hat. Ich glaube tatsächlich, dass man das so einordnen kann. Natürlich müssen wir abwarten, wie das jetzt gegen Leipzig ist. Aber ich finde eigentlich, dass Leipzig jetzt zur richtigen Zeit kommt, weil du hast diesen Sieg im Rücken. Du hast nichts zu verlieren, weil wenn Eintracht jetzt 3-1 gegen Leipzig verliert, dann denkt jeder ja gut, kann man nichts machen. Die werden eventuell Meister. Hast aber trotzdem für dieses neue System, was du gesagt hast, was meiner Meinung nach auch super funktioniert hat. Ein Dika muss man hier rausheben. Touré auf der anderen Seite auch. Du hast jetzt einen perfekten Test dafür. Kannst ja gucken, was passiert jetzt gegen Leipzig und kannst da vielleicht noch Änderungen vornehmen und stellt euch mal vor, das klappt gut. Und die Eintracht spielt vielleicht unentschieden und kassiert nur ein Gegentor oder so. Dann ist das auch für diese Mannschaft besser, dass hier Ruhe reinkommt und dann fährst du nach Düsseldorf und da hast du auch nichts verloren. Ja, das klappt halt. Mit der Ruhe war jetzt echt auch wichtig in Hoffenheim. Wenn du jetzt mit einer Niederlage gestartet hättest oder auch, wie ich es eigentlich befürchtet oder vermutet hatte, dass das mit so einem Wischiwaschi 0-0 ist, wo nichts passiert und sich alles im Mittelfeld abspielt. Wenn du so in die Saison startest, das ist eine scheiß Grundlage. Aber jetzt den Sieg zu haben, das ist schon mal wichtig, auch wenn der nicht zu hoch eingeordnet werden darf. Aber das waren wichtige drei Punkte, zumal Hoffenheim eher mit uns auf Augenhöhe ist wie manch anderer Verein. Das ist so ein Gegner, der ist ähnlich wie wir. An guten Tagen läuft es da, an schlechten Tagen läuft es da auch mal nicht. Ja, spannend wird halt wirklich jetzt, wie funktioniert das System und die Einstellung der Mannschaft gegen Gegner, die einfach auch spielerisch an dem Tag mehr zu bieten haben, als es ein Hoffenheim an dem Tag drauf hatte. Oder zeigen wollte. Aber es werden auch, glaube ich, noch schlechte Gegner kommen. Von daher ist es auch in Ordnung. Ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber natürlich gibt es auch Spieler zu kritisieren. Ich fand Rohde an dem Tag schlecht. Abraham ist mir immer noch ein bisschen zu unsicher. Also ich hoffe, dass der wieder in die Spur findet. Dost und Chandler haben am Ende, glaube ich, gar nichts mehr im Köcher gehabt, was mich ein bisschen gewundert hat, zu denken, ich dachte, die haben so geil trainiert da einfach wieder. Also die waren ja richtig platt, die beiden. Also ganz, ganz merkwürdig. Ja gut, aber das ist das erste Spiel über 90 Minuten, was der Chandler seit, keine Ahnung, gefühlt zwei Jahren gemacht hat. Ja gut, aber zumindestens. Bisschen Grundlagen und Konditionen. Ich würde sagen, also die Fitnessgrundlagen müssen halt schon jetzt an der Stelle einfach auch drin sein. Und der ist jetzt auch mit zehn Kilometern, etwas mehr als zehn Kilometern, über nicht mal die volle Distanz. Gut, ist er ein ganz ordentliches Stück da gelaufen. Aber das müsste eigentlich auch konditionell irgendwie drin sein. Ja, also ich glaube, ich glaube, da kommen wir jetzt zu vom Hundertsten bis Tausend. Das war schon in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, um das jetzt hier abschließend zu analysieren, brauchen wir halt auch noch ein paar Spiele. und für mich die entscheidende Frage nach dem Spiel, die wir uns auch bei Fußball 2000 gestellt haben, die sich scheinbar sehr, sehr viele stellen. Leute, was denkt ihr denn? Meiner Meinung nach muss der Eintracht trotz dieses positiven Erlebnisses noch was machen, weil für mich ist Chandler so gut, Verpflichtungstechnisch meint er jetzt. Für mich ist Chandler, weder Chandler noch Dacosta noch Durm, sind für mich Spieler, die ich sagen würde, okay, das ist der Stammspieler auf Rechtsaußen. Also da fehlt es für mich tatsächlich. Das kann mal gut gehen, aber ich würde ungern sehen, dass Chandler jetzt Stammspieler als Rechtsaußen sind, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass er Stammspieler da wird. Also meine Vermutung ist, dass wir, wenn wir weiterhin an diesem 4-2-3-1 spielen, wovon ich jetzt vorher schon so ein bisschen ausgegangen bin und jetzt auch weiterhin davon ausgehen würde, tatsächlich wäre, dass ein Gacinovic auf der Position spielt und ein Kamada in der Mitte. Ist jetzt auch nichts, womit ich beruhig bin. Also Gacinovic... Ich hab ja Kamada sogar auch draußen. Das war okay, war ein solides Spiel, aber das wird der nicht die restliche Saison so halten. Also da geh ich fest von aus. Also mir wär's auch... Ich bin voll... Lieber, wenn wir auf dieser Position noch jemanden verpflichten, der vielleicht sogar sowohl links als auch rechts spielen kann, dass wir im Zweifelsfall auch ein Backup für Kostic haben, weil da weißt du eben auch nicht, was passiert. Ich bleib aber bei meiner Vermutung von letzter Woche, dass ich davon ausgehe, dass sich transfertechnisch nichts mehr tut. Leider. Dann bin ich schwerstens enttäuscht. Ich muss auch sagen, also zumindest einer... Wir müssen auf jeden Fall noch was machen. Der Meinung bin ich auch, aber ich erwarte es nicht. Ja, doch. Ich kann's mir kaum vorstellen, muss ich sagen. Also egal auf welcher Position... Ich find's fahrlässig, das nicht zu machen. Ich find's auch fahrlässig. Also wenn Hütter mir die Spiele aufzieht, die ich jetzt eben gesagt hab, dann das reicht mir auf gar keinen Fall. Ich hab jetzt gehört, Kamada soll auch da spielen können. Das seh ich auch nicht so, weil der mich... Der taucht mir auch so sehr ab. Auf rechts außen. Also zu denken, dass du Gacinovic und Kamada fest in der Stammelf hast, das beruhigt mich nicht, weil du den Uhr noch stellen kannst, dass zumindest einer von beiden abtaucht in dem Spiel. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass beide top performen in einem Spiel, weiß ich nicht, ob die so krass ist. Meiner Meinung nach, muss man da was tun und wo man darüber auch drüber nachdenken muss, was ich am Anfang vielleicht ein bisschen unterschätzt hab, ist tatsächlich dann auch zu denken, okay, brauchen wir noch einen Innenverteidiger dann, wenn in die Konturier jetzt die Stammaußenverteidiger sind? Oder denkt ihr dann da, dass dann einer vielleicht dann zurückrücken kann und einer von den beiden wieder in die Mitte? Das ist halt die Frage. Also da kannst du, da kannst du, wenn du vorne gut aufgestellt bist, kannst du auf die Positionen auch immer mal wieder einen Schändler, einen Da Costa und da kann für meine, mein Verständnis auch einen Durm spielen. Ich find, da sind wir gut aufgestellt. Wir müssen vorne was tun, damit die Leute da wieder spielen können, wo sie auch hingehören. Ein Schändler hat da vorne nichts zu suchen eigentlich. Das kannst du mal machen, das macht er auch mal ordentlich, aber das macht er nicht den Rest der Saison. Und meiner Meinung nach fehlt es auch vorne im Sturm noch. Ich mein, Dost, du hast es eben angesprochen, dem geht nach 70 Minuten die Puste aus. Das wird auch die ganze Saison noch so bleiben. Und der wird auch diese Saison irgendwas wieder sagen wie, oh, was, diesen Monat noch neun Spiele? Da mach ich nur sechs. Das ist einfach so. Der hat die Sommervorbereitung bei uns nicht mitgemacht. Der ist jetzt im Winter ein bisschen, du kannst dir in zwei Wochen kannst du dir keine Kondition draufballern, das geht nicht. Und dann, wen hast du noch? Du hast noch ein Pacencia, der macht ganz gut diese Dinge mit einem zweiten Pfosten laufen und von hinten reinköpfen. Aber das ist auch kein verlässlicher Stürmer, von dem du weißt, der bringt dir in jedem Spiel ein Tor. Also, vorne fehlt es meiner Meinung nach mindestens noch an einem Stürmer und an irgendwas Offensivem an den Außen. Und ich würde es tatsächlich feiern, wenn Brun Larsen kommt. Ich glaube tatsächlich, aber ich glaube wirklich, dass wir uns das abschminken können. Ich glaube, wenn die Eintracht denkt, okay, wir müssen was machen, dann ist diese rechte Mittelfeldposition, die allen ins Auge sticht, weil da hast du theoretisch fast gar keinen Spieler. Im Sturm werden die sagen, dass wir ja in dem momentanen System vielleicht auswärts mit einem Stürmer zu Hause mit zwei spielen, dass da ausreichend Leute da sind. Du hast halt vier nominelle Stürmer. Du hast Dos, du hast Paciencia, du hast Silva und du hast zur Not noch Jovajic plus irgendwie Gacinovic, wenn er hinter den Spitzen spielt, dann hast du noch irgendwie so einen halben und für ein oder halt eben zwei Spieler bist du mit doppelter Mannschaftsstärke bist du an der Stelle okay aufgestellt. Das sehe ich auch nicht. Also qualitativ vielleicht ja, rein mengenmäßig kein Handlungsbedarf. Ganz ehrlich, da landen wir wieder und ich weiß auch, mich nervt es ja auch selber, aber da landen wir wieder bei Ante Rebic, gehen wir mal von den Personen Ante Rebic weg, aber genau dieser Spieler, weil dieser Spieler, der kann sowohl im Sturm als auch auf Rechtsaußen spielen. Wenn du so einen Sturm hast, wenn du so einen Pinn holst, dann hat Alex ja mit Brünn Larsen, der hat auch in Dortmund teilweise im Sturm zumindest ab und zu gespielt, der könnte, glaube ich, diese Hybrid sein, aber man hört ja auch so, dass da soll angeblich nichts dran sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin auch froh, wenn endlich Redline Day ist und wir genau wissen, was abgeht, weil ich glaube, selbst wenn er plant, einen zu holen, wir können den halt nicht in die Karten schauen, weil die wollen natürlich auch nicht, dass es nach außen so bekannt wird, dass sie unbedingt einen haben würden, weil die Leute mehr Geld verlangen. Ich kann mir aber mittlerweile alles vorstellen. Ich habe Szenarien im Kopf, wo wir von 0 bis 1, 2 oder sogar 3 Leute holen, weil du eigentlich trotzdem für die Positionen, für Sturm, Rechtsaußen und Innenverteidiger, selbst für, ganz ehrlich, selbst für das zentrale Mittelfeld mit dem Ausfall von Fernandes, du hast eigentlich mittlerweile für fast jede Position ein Argument zu sagen, okay, da könnte eigentlich noch einer kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Verantwortlichen das sehen und was die machen. Sehe tatsächlich aber das Hoffenheim-Spiel auf gar keinen Fall als irgendeinen Faktor, der jetzt sagt, okay, nee, doch nicht. Also, wenn die Eintracht keinen holen wollte, dann will ich auch, dass die Eintracht das vor dem Hoffenheim-Spiel schon beschlossen hat und das nicht durch das Hoffenheim-Spiel beschließt, sondern das muss dann ausgeblendet werden, weil das Hoffenheim-Spiel trotzdem da überhaupt gar keine Hinweise geben kann, ja oder nein. Also, ich hoffe nicht, dass die Eintracht diese Schiene fährt, zu sagen, ja, wir gucken mal jetzt gegen Hoffenheim, selbst gegen Leipzig nicht. Wir werden es jetzt nicht wissen, weil die Neuzugänge, die wir jetzt holen, die werden dann entscheidend am 24., 25., 26. Spieltag. Darum geht es dann. Aber die Aussage von Bobic war ja im Vorfeld schon, wir sehen keinen Bedarf. Also, wenn er das ernsthaft, also, wenn er sich seinen Kader anguckt und dann ernsthaft in den Spiegel schaut und sagt, ja, ich hab, nee, das ist ein Top-Team, so wollte ich das haben. Nein, aber das hat er doch bei Hinteregger, haben wir das auch gehört und dann kamen plötzlich im Winter auch die Leute. Also, wir müssen auch ein bisschen geduldiger sein, im Sinne von, der wird uns das nicht alles und nicht der Presse alles aufs Brot schmieren, um dann eventuelle Vereine das auch hören zu lassen, zu sagen, ja, ich hab ja gehört, ihr wollt ihn unbedingt, dann zahlt jetzt auch irgendwie. Ich glaube tatsächlich, dass, es war bei DOS doch auch so, da hieß es, der kommt und dann hieß es, nee, der kommt nicht. Dann hat Bobic einfach gesagt, nee, ich setze das jetzt aus und hat dann einfach irgendwie 6, 7 Millionen Euro gespart. Also, da müssen wir, glaube ich, einfach abwarten, was passiert und können die Sachen, die an uns herangetragen werden, die gerüchtet werden, die Bobic sagt, die der sagt, die der sagt, die müssen wir wahrscheinlich da ausblenden und einfach jetzt abwarten, was passiert. Ist ja auch eigentlich gut so, Also ich meine, die Zeit, wo der Harry alles beim Rotwein ausgeplaudert hat, will ja auch keiner mehr zurück. Deswegen lass ihn halt labern, aber enttäusch mich nicht und schließ die Transferperiode nicht ab mit gar keinem Transfer. Also ich bin auch enttäuscht, wenn der kommt und sagt, wir haben jetzt einen Sechser geholt, super. Das ist die Position, ja, wenn man jemanden hat, kann man jemanden nehmen, aber da ist nicht die zwingende Handlung erforderlich. Ich seh's auch. Ich seh tatsächlich, also wenn die Eintracht mir sagt, wir wollen gar keinen holen oder nur einen, also wenn wir uns nur einen einzigen aussuchen dürften, dann ist das ganz klar das rechte Mittelfeld. Also wenn dieses System beibehalten werden soll, dann ist das für mich tatsächlich auch elementar. Wenn wirklich die Eintracht sagt, wir spielen jetzt wirklich diese Viererkette und haben immer, weil es ist ja auch egal, ob du 4-4-2 oder 4-2-3-1 spielst, diese rechte Mittelfeldposition, die gibt's in beiden Systemen. Naja, theoretisch. Eigentlich ist es sogar egal, ob du zurück zur Dreierkette gehst, oder zur Fünferkette gehst, weil auf der rechten Position hat der Costa eine super Saison gespielt und eigentlich hinkt er den Leistungen von einem Kostic um Längen hinterher. Du bräuchtest generell auf dieser Position jemanden, der abschussstärker und torgefährlicher ist. Egal, ob du jetzt mit Fünfer-, Dreierkette oder Viererkette spielst. Ja, und vor allen Dingen mal jemand mit Zug und Wucht und nicht hier die zwei 40-Kilo-Jungs Gacinovic und Kamada. Aber da würde ich gerne differenzieren, weil ich glaube tatsächlich, wenn ihr sagt, wir kehren zur Fünferkette zurück, das sehe ich dann da nicht. Also wenn du dann über Brun Larsen zum Beispiel redest, der fällt für mich dann raus, der fällt für mich dann defensiv zu sehr ab, muss ich sagen. Also ich finde, das ist schon eigentlich eine ganz andere Position. Was, wenn du Fünferkette spielst, hast du zwei offensive Außenverteidiger. Dann muss aber das Wort Verteidiger... Ja, aber das hat ja bei ihm jetzt gut funktioniert. Ich glaube, ja eben, also ich glaube nicht, dass du davon ausgehen kannst, dass du dir nochmal so ein Kostic basteln kannst, weil das Wort Außenverteidiger ist ja dann trotzdem schon immanent, was die Position betrifft. Das sollte der dann auch ausfüllen können. Gehe ich aber nicht von aus. Ich glaube jetzt nicht, dass Hütter jetzt hier wilde Sachen macht, außer vielleicht in Sonderspielen, wo dann Papa Hasebe zurückkommt. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich, und am ehesten sehe ich wirklich noch, und deswegen hat sie mich gewundert, am ehesten sehe ich wirklich noch Gacinovic auf dieser Position. Also ich sehe, Gacinovic wäre auch einer, da würde ich mir gefallen lassen, wenn der halt, wenn jetzt gar keiner kommt, die sagen, ja gut, Gacinovic ist unser rechter Mittelfeldspieler, und dann spielen wir entweder mit Kamada dann auf der 10, oder halt mit Paciencia und Dost mit zwei Stürmern hast du halt keinen 10er drin. Das würde ich mir tatsächlich gefallen lassen, aber es scheint ja nicht so zu sein. Also ich gehe auf lange Sicht davon aus, dass wir, wie gesagt, mit diesem 4-2-3-1 spielen und dass Gacinovic da auf der Seite spielt und Kamada in der Mitte und vorne irgendwie einer von möglichen drei Stürmern in der Rotation aufläuft. Also wenn das alles ist, was wir in Plan in Köche haben, dann, das kannst du, das kannst du mal machen, aber dann in Jesus. Vielleicht ist halt auch keiner da, was wir auch immer betrachten müssen bei diesen Situationen. Vielleicht hat die Eintracht, vielleicht sieht die Eintracht ja genau diese Vakanz wie wir, war an zwei Spielern dran, klappt aber nicht. Und da muss ich sagen, dass ich es dann ganz gut finde, wenn die sagt, okay, wenn die beiden nicht klappen, aus irgendwelchen Gründen auch immer, weil da fallen sie nicht frei geblabber, dann machen wir nichts, weil jetzt auf Gedeih und Verderb einzuholen ist auch nicht. Also das ist ja sowieso generell so ein bisschen der Fluch von diesen ganzen Wintertransfer-Dingern, dass jetzt nicht so wahnsinnig viel da auch angeboten wird, außer eben jetzt in der Situation, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal angesprochen in Zusammenhang mit hier WM-EM-Gedöns, ich kann mir immer nicht merken, wann was ist, dass du da den einen oder anderen hast, der sich vielleicht noch irgendwie beweisen will, um da noch irgendwie einen Platz in der Nationalmannschaft zu bekommen. Aber auf Biegen und Brechen kaufen würde ich jetzt auch nicht. Bei einer Laie sieht es wieder ein bisschen anders aus, da kannst du vielleicht noch irgendwie darüber nachdenken, ob du dann einfach das Risiko des gezahlten Gehaltes gegen wenig Spieleinsätze, ob du das Risiko irgendwie eingehen willst, aber auf Biegen und Brechen jetzt einen Spieler kaufen, der dir dann im nächsten Jahr da auch nicht weiterhelfen wird, würde ich auch nicht. Nee, das bringt ja auch nichts. Also geht ja nicht darum, Masse zu kriegen. Nee, genau. Wir haben ja schon genügend. Der Kader ist ja groß. Also ich meine, die Aussage, dass wir ja mit über 30 Leuten eigentlich auf jeder Position nochmal nachlegen könnten, theoretisch, weil es uns irgendwie an Qualität gefühlt so ein bisschen fehlt, ist ja auch schon eine harte Aussage eigentlich. Ja, das Ding ist halt, also wenn jetzt wirklich irgendein 0-15-Spieler nur gerüchtet werden würde, da würde ich auch sagen, ja gut, dann lass halt Eric Durm ab und zu das Spiel, von mir aus. Also das macht den Bock auch nicht mehr, der kennt dann wenigstens die Abläufe. Also wenn, und das ist halt vielleicht das Ding, vielleicht schattet es auch daran, wissen wir alle nicht. Wir werden es vielleicht auch nie erfahren, ich bin aber sicher, also da bin ich mir eigentlich sicher, weil ich einfach, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie nicht zumindest in Betracht ziehen, für diese Position einzuholen, weil wie Alex es schon sagt, das wäre ja mega fahrlässig und eigentlich müssten die ja noch mehr Plan haben von der ganzen Sache wie wir. Also die können, die sitzen doch nicht da und denken, ey, also die sitzen doch nicht wirklich in so einer Besprechung und sagen, ey, 4-4-2 ist geil, hier links haben wir Kostic, rechts haben wir auf jeden Fall auch, hier, da kennt ihr da Costa, spiele das Schändler und der Durm. Und der Garcinovic, ich habe jetzt auch gelesen in der Zeitung, der wirkt jetzt sicherer am Ball. Ja, aber den haben die ja nicht mal genannt, die haben ja diese, Hütter hat ja explizit da Costa, Schändler und Durm genannt, für eine Rechtsaußenposition. Und das kann nur gepokert sein, um dem eventuellen Verein, wo wir einen haben wollen, zu zeigen, hier, nö, also wir brauchen den nicht unbedingt. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Weißt du, am Endeffekt ist es mir auch lieber so rum, als wie zum Beispiel in Berlin, wo auf einmal Narben gehypt werden, die einfach vom Himmel fallen, wie Götze, Grandizaka und wen hatten sie noch? Draxler. Und am Ende kommt einfach keiner. Am Ende kommt Askasiva. Ja, genau. Wenn es noch ein bisschen früher gewesen wäre, hätten die mit Sicherheit auch noch Ibrahimovic mit auf die Liste geschrieben. Big City Club. Genau, da denke ich mir halt einfach gut. Also dann, dann lieber, macht was ihr wollt und bringt mir irgendeinen, aber nicht, nicht so eine Kacke. Ich will ja auch nicht Heribert Brucham wieder haben, der dann irgendwie in der absoluten Not im Winter fünf Spieler holt und dann ist dann, keine Ahnung, drei Gurken dabei. Oder so ein Maggerding, vorher erstmal 30 Spieler verpflichten und gucken, welche zwei davon am Ende noch überleben. Ja, eben. Also lass uns überraschen, wir haben ja jetzt glaube ich deutlich gesagt, dass wir zumindest auf der rechten Mittelfeldposition eine absolute Vakanz sehen und das ist die erste Baustelle, die geschlossen werden müsste, wie Alex das sagt. Aber gut, wir werden es sehen und wenn jetzt nur ein Sechser kommt oder nur ein Innenverteidiger oder nur ein Stürmer, dann liegt das vielleicht tatsächlich auch an der Verfügbarkeit. Im Winter müssen wir sehen. Trotzdem, um das Hoffenheimsspiel abschließend zu bewerten, muss ich sagen, es hat mich ein bisschen beruhigt und lässt mich natürlich nicht rosa-rot, aber zumindest wieder ein bisschen rot in die Zukunft schauen. Sehr schön. Zukunft heißt in diesem Fall Dingens Leipzig am Samstag 1530. Zukunft heißt Leipzig hört sich auch an, der Titel eines sehr, sehr apokalyptischen Filmes. Ja, weiß ich nicht mehr. Das Ding ist, das ist gar nicht so absurd. Ja, ich weiß es. Das sollte nicht der Sendungstitel heute werden. Wollte ich gerade sagen, da gehört keiner in die Sendung. Zukunft heißt Leipzig. Das wird die erste Folge ohne Downloads. Die Zukunft heißt Leipzig. Ja, doppelt deprimierend dabei ist nicht nur, dass sich Leipzig ja durchaus Chancen machen kann auf hier Titel gewinnen, sondern mein allseits gern gesehener Herr Werner hat auch noch Chancen auf hier Torschützen-Dings. Das macht natürlich doppelt eklig die ganze Geschichte. Ja, genau. Das war auch so mein Grundgedanke, den du da gerade hattest. Also, wir spielen am Samstag 1530 zu Hause gegen Leipzig, die am vergangenen Wochenende gegen Union. Am Anfang glaube ich auch noch so ein bisschen, zumindest was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, weil komplettes Spiel war nicht drin, so ein bisschen mit leichten Anlaufschwierigkeiten unterwegs und haben sich von Union doch so ein bisschen kämpferisch da die ein oder andere Minute abbringen lassen und dadurch Union ja dann auch das Tor gemacht. Aber am Ende ist natürlich unwahrscheinlich viel Qualität in diesem Kader, wenn man sich die Spieler da mal anguckt. Ist es von Vorteil, dass wir jetzt zu Hause spielen gegen die? Ja, gut, das ist ein WC-Sang-René, also. Was ist denn das für eine Frage? Das ist jetzt kein Hot Take. Ich weiß nicht. Ja gut, also auswärts würde ich nicht gerne da spielen. Also, klar, weil das kann wieder Sonderspiele sein. Ich glaube, wir haben zu Hause gar nicht gegen die verloren, oder? Das ist eine gute Frage. Müsst ihr jetzt auch nachgucken, weil sie jetzt auswendig nicht. Ich gucke aber mal. Aber was man ja auf jeden Fall aus dem Spiel gegen Union auch mitnehmen kann und das war ja, das war ja in der Vergangenheit auch schon immer so, die haben halt auch keinen Bock, wenn du denen auf die Füße trittst. Da sind halt auch ganz viele, Werner ist halt auch so ein Schönspieler. Wenn der nicht seine Zuckerpässe bekommt, dann macht der halt auch gar nichts. Den trittst du zweimal vor das Schienenbein, dann liegt der auch auf dem Boden und weint und dann ist der das restliche Spiel einfach raus. So, und da musst du halt mit einer gewissen Härte auch reingehen, also nicht übertrieben, aber wenn du denen ein bisschen auf den Fuß trittst, dann ist da auch was möglich. Ich muss auch sagen, dass es so gut ist. Heimspiel haben wir noch nicht verloren, einmal 2-1 gewonnen und zweimal unentschieden, soweit ich das sehe. Also ich glaube tatsächlich, erinnert ihr euch an dieses Boateng-Spiel, wo Boateng das Ding reinhaut? Ja. Da hat die Eintracht genau das gezeigt, was sie Alex eben gesagt hat. Die musst du, kannst du auf gar keinen Fall spielerisch bekämpfen, aber die musst du niederringen und ich glaube tatsächlich, Leute, dass das momentan in der aktuellen Lage der Eintracht sogar wahrscheinlicher ist, als dass sie eine Mannschaft her spielen. Also dass die Eintracht jetzt die Einstellung hat und du hast genug Spieler drin, die wirklich, also du hast einen Kostic drin, Selbstkacinovic kann giftig sein, Rode kann giftig sein, Hinteregger sowieso, Abraham kann sich auch immer mal wieder zu solchen Sachen aufschwingen. Du hast zwei Außenverteidiger, eigentlich Innenverteidiger. Für Sommers ist auch ein Trapp wieder wichtig, also der von hinten auch die Sicherheit mit ausstrahlt. Genau. Und dann hast du vielleicht irgendwie einen Doster stehen, der einen rein dingst. Also die Eintracht ist auf gar keinen Fall chancenlos, was halt gut ist, du gehst nicht mit diesem Gefühl in den Stadion, oh Gott, wenn die Eintracht heute nicht gewinnt, dann brennt hier aber komplett der Baum, sondern das ist tatsächlich ein Bonusspiel, in dem Sinne zu sagen, okay, das stört dich nicht in deiner Entwicklung, im Gegenteil, vielleicht hilft dir sogar, weil du dann halt gegen diese Mannschaft gespielt hast. Das ist wie, wenn du mit diesen Gewichten joggen gehst. Wenn du mit den Gewichten joggen gehst und dann joggst du ein bisschen rum, es ist schwer, wenn du dir dann aber abmachst, fällt es dir irgendwie gefühlt leichter und das könnte dann Düsseldorf sein. Also meine Güte, schauen wir mal. Ja gut, also das war ja das, was ich gerade eben gesagt habe, gegen Union, die ja auch so ein bisschen einfach kämpferisch da unterwegs waren, jedem Ball irgendwie hinterher, sind auf den Spieler auch drauf gegangen sind und halt eben jetzt nicht irgendwie zimperlich in die Zweikämpfe gegangen sind, sondern schon mit einer ganz klaren Intention, da jetzt nicht kampflos aufzugeben, da haben die sich am Anfang durchaus schwer mitgetan. Die konnten halt dann über die Strecke nicht mitgehen, aber vielleicht ist das halt eben, wie du schon sagst, der Vorteil, dass wir da einfach ein bisschen mehr länger durchhalten können. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch, also ich glaube, dass wir halt noch ein Element mit reinbringen, dass wir schon auch ein bisschen spielerisch, ich will nicht sagen, mithalten können, aber auch ein spielerisches Element mit in die Waagschale werfen können. Bei uns ist es nicht nur, dass du auf den Platz gehst und sagst, Buh, und dem Werner seinen Lolli abnimmst und der weint, sondern du kannst danach auch mit dem Ball noch was anfangen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Möglichkeit, die wir haben, halt einfach unangenehm sein, ein bisschen kampfbetont auch in das Spiel reinzugehen und vor allen Dingen von Anfang an zu zeigen, Leute, wir sind die Viertklässler hier auf dem Grundschul-Schulhof und ihr seid noch in der ersten Klasse und jetzt haltet ihr erst mal die Füße still. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, mit so einer Einstellung reinzugehen und ein bisschen Präsenz direkt zu zeigen, vielleicht auch mal das ein oder andere V-Spiel zu provozieren, die Zweikämpfe gut anzunehmen. Und wenn du dann an den Ball kommst und ein bisschen was damit machen kannst, ich glaube, dann hast du eine bessere Ausgangslage, wie es jetzt Union hatte. Aber die haben das schon gut gemacht. Ja, eben. Also ich sehe das auch relativ entspannt. Also ich glaube, dass jeder wieder Bock hat, ins Schaden zu gehen. Das ist das erste Heimspiel nach der Pause. Es soll zumindest nicht regnen, wie ich das gehört habe. Es war ein bisschen kalt, aber meine Güte. Also jeder hat Bock, in die Staden zu gehen. Leipzig ist auch ein Gegner, wo du, glaube ich, auch die Fans sind dann auch so ein bisschen, entweder ist es dir komplett egal oder du hast halt diesen Hass in dir. Also ich glaube tatsächlich, dass so ein bisschen auch so eine aufgeheizte Stimmung sein wird, wenn es das Spiel auch hergibt mit vielen Nicklichkeiten. Dann hast du natürlich auch Spieler drin mit Paulsen, Werner, Orban. Also das ist jetzt auch nicht die sympathischste Truppe. Also da kann auch so ein bisschen sich das aufheizen. Und das will Leipzig, glaube ich, nicht. Ich glaube, Leipzig will das einfach technokratisch runterspielen. Wenn du die aber in so einem kleinen Fight verwickelst, kann genau das passieren. Da kann irgendwie was Außergewöhnliches passieren. Und ganz ehrlich, der Eintracht hat auch eine Riesenchance. Uns alle, uns allen einfach auch zum Maul zu stopfen. Die sagen, das war alles blöd und wir wollen jemanden holen. Stell dir mal vor, die Eintracht ballert Leipzig jetzt weg. Dann startest du mit sechs Punkten in diese Rückrunde. Hast Düsseldorf vor der Brust. Dann stehst du echt gut da. Und dann sind vielleicht Spieler, von denen wir jetzt noch gar nicht denken, dass sie vielleicht wieder zur Form finden. Dann geraten wir irgendwie in den Flow. Und du brauchst halt vielleicht wirklich keinen Neuzugang. Und die Verantwortlichen können sich hinstellen und sich da drin sonnen und sagen, ja, wir haben die Ruhe bei Wart und wir hatten recht. Das ist ja auch eine Chance für die Mannschaft. wirklich sich wieder ins Bewusstsein zu schießen, selber, dass auch solche Dinge wieder möglich sind, weil die sind ja möglich. Es ist ja nicht mal lange her, da haben wir bei Arsenal gewonnen. Also das ist ja trotzdem, egal ob wir in der Krise waren, trotzdem jetzt kein Gegner von der Stange, sondern die Eintracht hat das ja drin. Die Eintracht zieht, wenn wir uns überlegen, die Eintracht zieht gegen diese Gegner eigentlich generell gut aus, wenn die Eintracht ein bisschen Platz hat. Leipzig wird sich nicht hinten reinstellen. Ich wollte gerade sagen, also du wirst auf jeden Fall Platz zum Kontern über die Außen haben, wenn du dann mit einem Kostic links und mit einem Da muss ich halt Glück haben. Weiß ich nicht, mit einem Da Costa oder mit einem Gacinovic rechts einfach mit viel Geschwindigkeit unterwegs bist. Also da wird auf jeden Fall Platz da sein. Leipzig wird auf jeden Fall auch spielerisch mehr anbieten, als Hoffenheim es jetzt am letzten Wochenende getan hat. Das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil die natürlich auch viel über die Geschwindigkeit kommen und wenn dann wieder so Riesenlücken da hinten irgendwie bei uns in der Abwehr entstehen. Ja, also schwierig. Ja, aber wie gesagt, ich sehe es positiv, weil ich berechne eigentlich damit, dass wir verlieren und alles, was dann dazukommt, ist doch in Ordnung. Das Einzige, was ich voraussetze, ist, dass man wieder sieht, die Mannschaft letztlich nicht, also ich habe keinen Bock, dass die 5-1-Säcke gerort werden, so. Die einmal Mannschaft soll sich wärmen und gut ist, mal gucken, was dabei rauskommt. Dann ist halt auch wieder am Ende die Frage, wie die 5 Tore dann irgendwie entstehen. Solange ich das habe, dass die Spielerisch da auf der Weg sind. 5 Tore ist mies. Egal. Und wenn das 5 Glücksdinger sind, ist das immer mies. Und bei 5 Toren ist es auch kein Glück mehr. Also 5 Dinger zu kassieren, will ich auf gar keine eigene weiße erklären. Ja, aber da war... Bei 3 können wir über deine These noch diskutieren. Bei 3... Nee, hau ab. Ja. Ja, ist ja gut, ist auch ja schon nichts mehr. Ich wollte gerade... Ich hätte dich dann auch gerne nächste Woche mal gehört, hier, René, war doch gut. 5-1 verloren, aber jeder war ein paar. Könnt ihr das machen. Ich bin rein präventiv nächste Woche nicht dabei, dann müsst ihr das dann ohne mich diskutieren. Das Ding hat das rausgekommen. Wir holen doch hier die Klappe groß auf. Das ist korrekt. Wir rufen dich dann an. Ja, könnt ihr machen. Nein, darum geht es doch aber jetzt. Es geht doch nicht darum, dass wir sagen, wir müssen in der Lage sein, Leipzig wegzuhauen, die wirklich auch... Die sind ja nicht umsonst Tabellenführer, meine Güte. Also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt in Anspruch haben müssen, die wegzuhauen. Nee, es geht darum, dass wir sehen, dass sich dieses Konstrukt weiter festigt und dass die mental auf der Höhe sind, was sie ja immer waren. Also die Eintracht hat ja auch oft das Mal Spiele verloren, aber du hattest halt nie das Gefühl und das hatte ich in den letzten zwei, drei Jahren oft nicht mehr, also nicht mehr so oft, dass du gedacht hast, da sind sehr, sehr viele Ausraster nach unten drin. Und wenn das so bleibt, ist alles in Ordnung. Also das ist wirklich das Hauptaugenmerk, worauf man gucken sollte. Und um Ergebnisse geht es dann tatsächlich eine Woche später wieder gegen Düsseldorf. Da geht es dann darum. Da ist es auch egal, wie Düsseldorf spielt. Da musst du einfach hinfahren und sagen, nee, wir gewinnen jetzt hier. Das ist dann wieder was ganz anderes als jetzt zum Beispiel Leipzig zu Hause. Was glaubt ihr denn aufstellungstechnisch, wie wir da jetzt dann unterwegs sind? Gleiche Runde wie jetzt bei Hoffenheim oder wird da irgendwo nochmal ein bisschen gewechselt? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Hasebe für So reinkommt, um ein bisschen defensiver zu sein. Ich weiß es aber nicht. Also das ist das Einzige, was ich mir ausmalen könnte. Ansonsten musst du das eigentlich so lassen. Weil die können ja noch nicht Platz sein. Frage wäre, ja, Dost wäre so ein bisschen die Frage, wie... Dost auf jeden Fall drin lassen. Wen denn sonst? Solange der jetzt kann, soll der spielen. Also den kannst du danach vielleicht auswechseln, wenn er nicht mehr kann. Aber das ist halt der Einzige, bei dem ich tatsächlich auch sehe, dass das, ich will nicht sagen, ein Tor garant ist, aber bei dem ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der in jedem Spiel eine Bude macht. Die sehe ich bei keinem anderen. Den musst du halt auch einfach in die Situation bringen. Ich glaube tatsächlich, sobald der irgendwo um 16 den Ball hat, da hast du wirklich eine 70-prozentige Chance, dass er das Ding reinhaut. Also da denke ich, ja, und Chandler muss halt auch spielen, warum? Weil kein anderer da ist. Also da kostet er habe ich nächste Woche die Nummer schon ziehen, wenn Kamada jetzt wirklich auch wieder fit ist nach seinem Bänder-Dings. Ja, aber der macht die Erde trainiert. Ja, das wäre noch ein bisschen zu früh, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also Kamada trainiert er jetzt als wäre er individuell. Das Spiel noch auszutragen. Ja, vor allen Dingen ist es ja, genau, es ist ja auch nicht zwingend erforderlich. Es ist ja nicht so, dass wir hier mit den Hufen scharren und sagen, wir haben keinen, also er muss ja jetzt zusammenbeißen. Kamada muss wiederkommen. Nee, also ja, genau. Da Costa scheint auch noch nicht ganz fresh zu sein. Also die Szene, die Erde hatte, die war ja auch sehr, sehr merkwürdig, wo er den Ball an die Eckfahne schießt. Wo er alleine auf dem Torwart zuläuft. Ja, auf dem Torwart zuläuft, wo ich auch denke, also entweder jetzt lupfen oder halt einfach nochmal irgendwie vorbei, rechts vorbeilegen und dann riesen Bogen laufen können. Ja, ich frage mich also, keine Ahnung, ob der Ball irgendeinen EFE mitgeben wollte, wo es nicht geklappt hat. Der ist ja fast an der Auslinie gegangen. Ja gut, aber da war so viel Zeit und Platz. Also der hätte ja gefühlt nochmal zum Rewe laufen können, einkaufen und dann wäre er immer noch vor dem Torwart irgendwie am Tor gewesen. Also, verstehe ich nicht. Und du meinst ernsthaft Hasebe für So? Nee. Ich weiß noch nicht, ob ich mich mit Hasebe auf der 6 anfreunden kann. Also ich bedaglich auch nicht. Ich weiß nicht, ob der in diesem Viererkette-System eine Rolle spielt. Weil der, also guck mal, der ist, der ist, der ist gerade mal wenige Tage jünger wie ich. So, das, ob der auf der 6 das Laufpensum noch über 90 Minuten durchhalten kann. Ich meine, das ist ja auch was, das hat er ja auch selber oft gesagt, so hat er, ihr hinten in der Dreierkette geht, auf der 6, wo ich so viel laufen muss. Aber das kann ja trotzdem, der kann sich ja immer wieder so weit auch zurückfallen lassen, dass er gar nicht so krass mitmachen muss, sondern dass Rode dann den Part übernimmt, den So halt in Offenheim übernommen hat. Ich glaube einfach nur, dass Hütter eventuell jetzt in Betracht ziehen könnte, ein bisschen mehr Stabilität reinzukriegen. Aber ich fand So auf der Position jetzt an sich sowohl defensiv als auch offensiv jetzt gar nicht so schlecht. Nee, nee, es geht gar nicht um den So an sich. Also mir hat So auch super gefallen. Es geht einzig und allein um die Ausrichtung. Und So ist natürlich eher ein 8er. und Hasebe eher ein 6er. Das war das Einzige, was ich sagen wollte. Eigentlich wäre das so ein Spiel, erinnert euch an die Europapokalheim-Spiele, wo Rode und Fernandes auf der 6 gespielt haben. Das ist genau wieder so ein Spiel. Fernandes würde jetzt spielen, wenn er da wäre. Der wäre jetzt super. Der würde von vornherein dem Ersten irgendwie einmal auf dem Fuß stehen und dann mit diesem leicht, syphilisanten Grinsen so nach dem Motto, ich war das nicht, der ist von der Lein umgefallen. Das meine ich. Das wäre halt schon einfach extrem geil. Das meine ich. Das ist Hasebe halt für mich mehr als Sow. Sow ist dann für mich so gegen Schwäche. Ja, das stimmt. Also Sow ist auf keinen Fall so dieser abgewichste Typ, der auch mal einfach in der zweiten Minute reingrätscht, obwohl es nicht sein muss. Und das ist halt ein Element, was Fernandes reingebracht hat. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch richtig. Aber der ist ja gerade nicht da und Chor würde total überdrehen und wahrscheinlich direkt in der zweiten Minute mit Rot runterfliegen. Ja, der soll von mir aus mit Timo Werner ein Diktat schreiben und gucken, wer überhaupt gar keine Wörter schreiben kann. Das ist mir egal. Dominik Chor sehe ich tatsächlich nirgendwo. Das ist tatsächlich so. Wie du es sagst, nee, ich habe auch keinen Bock, dass wieder einer vom Platz fliegt. Nee, ehrlich. Also da würde ich lieber einen erfahrenen Hasebe, auch wenn er vielleicht an einer anderen Stelle nicht so schnell ist wie Chor, aber der kommt für mich tatsächlich momentan nicht in Frage. Hasebe tatsächlich, Persönlichkeit, auch einigermaßen Ruhe, trotzdem am Ball und aber auch Hektik. Also Hasebe ist auch einer, der mit Hektik reinbringen kann, die wir vielleicht brauchen. Erinnert ihr euch, wenn der diskutiert ständig mit Schiedsrichtern, mit Gegenspielern, schreit rum und bla bla. Das könnte vielleicht was sein, was irgendwie ein Element bringt, was einfach Leipzig dann auch nervt und dann hast du Nagelsmann, der rastet dann auch wieder aus, weil der ja auch nicht ganz dicht ist, vielleicht fliegt er dann auf die Tribüne und dann kann das wirklich so ein geiles Spiel. Eintracht gewinnt 1-0, zwei rote Karten, Nagelsmann schubst Hütter und keine Ahnung, alles mögliche. Also sowas kann ich mir gut vorstellen, hätte ich auch Bock drauf. Selber auch als Fan, weil dann alles dabei ist. So Straßburg-mäßig, so Hass, Freude, alles dabei. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt von, aber ich schreibe ihn jetzt mal auf. Das waren gute Argumente, aber so richtig 100% bin ich da noch nicht Team Hasebe auf der Position. Aber Mangelsalternativen wird uns wahrscheinlich nicht für anderes übrig bleiben. Der Punkt ist halt schon, dass Sow echt sehr brav ist. Wenn du halt sagst, du brauchst ein kampfbetontes Spiel, dann ist ein Hasebe eher jemand, der das auch kontrolliert, also der mit Erfahrung das auch besser kontrollieren kann. Aber es bleibt halt auch so die Frage, packt er das von der Laufleistung her, und auch noch von der Schnellig und Spritzigkeit über die ganze Zeit. Ja gut, ist halt die Frage. Naja, aber vielleicht startest du mit einem Hasebe, um ein bisschen Gift reinzubringen und dann holst du irgendwann einen Zau rein, der entdecklich zumatzt. Du könntest ja mit ihm starten und kannst dann auch bequem irgendwie in der 70. noch einen Chor da hinstellen, der dann dem einen oder anderen nochmal irgendwie die Schuhe wechselt. Schauen wir mal. Ich lasse es jetzt mal stehen. Mich würde es allerdings auch nicht wundern, wenn wir komplett mit der gleichen Aufstellung wie letzte Woche auflaufen. Wird auf jeden Fall spannend, wie das gegen den spielerischen Gegner da dann doch funktioniert oder wo wir noch so ein bisschen Optimierungsbedarf haben. Was tippt ihr denn? Basti hatte ja schon gesagt, er geht von einer Niederlage aus. Ist das auch dein Tipp, eine Niederlage, oder bist du diplomatisch? Ich tippe mal ein optimistisches 1 zu 1. Alex? Das wäre auch mein Tipp gewesen. Ich tippe nie gegen die Eintracht. Muss ich was anderes sagen? Nö, muss ich nicht. Okay. Keine Regel. Ich war gerade noch am überlegen, was mein Tipp ist, aber ich glaube, ich gehe tatsächlich von einem, auch unentschieden, aber 2 zu 2 aus. Das ist irgendwie so ein Spiel, was so ein bisschen danach schreit, dass da doch ein paar mehr Tore fallen und mit einem Unentschieden wäre ich da echt schon, ja, kommt das für den Verlauf an, aber wenn ich es jetzt so drauf gucke, wäre ich damit tatsächlich zufrieden. Je nachdem, wie der Spielverlauf ist, schreit es allerdings auch tatsächlich danach, dass das so ein Spiel ist, wo man sich ärgert, wo du irgendwie 15 Chancen hattest und nichts davon irgendwie reingeht und du am Ende irgendwie eigentlich 4-2 hättest gewinnen müssen oder irgendwie sowas. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend. So, dann müssten wir jetzt mal schauen, was denn ehemalige Spieler machen und dann haue ich jetzt mal den Jingle rein und dann gucken wir mal, ob wir erraten können, um wen es sich heute handelt. Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich, ja, was macht eigentlich was macht eigentlich das Sport ein? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. so, dann schauen wir mal um welchen Spieler es sich heute handelt. Diesmal hat der Basti einen rausgesucht und ich bin mal gespannt, ob wir ihn erraten können. Basti, leg los. Ich leg los. Das Erste, was ich euch hinwerfe, ist, er hat 110 Spiele für die Eintracht gemacht, hat dabei 10 Tore erzielt. Das ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit Philipp Kostic, also sehr, sehr wohlwollend interpretiert. Ist damals 97 vom SC Verl zur Eintracht gekommen und ist tatsächlich fünf Jahre geblieben, hat dann eben jene erwähnten 110 Spiele für die Eintracht gemacht. 97? Bis 2002 war er dann da. So weit kann ich noch rechnen mit fünf Jahren, ja. Ist dann von uns nach Cottbus gegangen, von da zu 1860, Saarbrücken, Union und dann hatte er seine Karriere beim SV Germania 90 Schöneiche beendet. Wenn ihr jetzt noch nicht drauf kommt, gebe ich euch vielleicht einen entscheidenden Hinweis. Er hat bei dem, bei der Rettung, wo Fjordhoff den Übersteiger macht, auch ein nicht minder schönes Tor erzielt und hat den Ball über sich selber gelupft und ist am Gegenspieler vorbeigelaufen. Und hat dem dann mit links rein zu wichsen. Linksfuß. Warte. Hallo? Ich hab das Gesicht vor Augen, aber ich komm nicht auf den Namen, verdammt. Ich kenn nur einen, der zu Cottbus gewechselt ist. Der wäre, der wäre. Der ein Hattrick bei seinem Einstand getossen hat. Martin Fähnend. Der ist es nicht. Der ist es definitiv nicht. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich mit diesem Tor beim 5-1 euch auf jeden Fall den entscheidenden Hinweis gebe. Da muss ich überlegen, was ich euch noch für einen Hinweis geben kann. Also bei mir bist du da auch echt an der, also da bin ich, das ist ja, das ist ja, das ist ja ganz schwieriges Thema für mich. ähm, 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 Ach, ich bin mit Namen echt schlecht, was das angeht. Oh, verdammt. Warte, ich hab's gleich. Google noch ein bisschen. Google noch ein bisschen. Guckt euch einfach noch mal die 5 Hoher an. Also Fjordhoff hat getroffen, Tsjeng Yang hat getroffen, Bernd Schneider hat getroffen. Ah, ich kann dir, glaube ich, keinen Namen sagen. Ich kenne, ich kenne die Namen nicht. Ah. Kann es tatsächlich sein, dass wir zum ersten Mal auflösen müssen? Ja, nicht zum ersten Mal, das hatten wir schon mal, aber. Es handelt sich um Marco Gephardt, meine lieben Freunde. Ah. Ja, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Liebe Grüße. Das ist aber auch nicht, also das ist nicht meine Disziplin, dieses Spielerraten. Wie gut, dass ich nicht in den Chat geguckt habe, da hat einer schon vor drei Minuten Gephardt reingeschrieben. Junge, Junge, Junge. Hey, hey. Ist das erscheinbar, also wenn man Wikipedia glauben darf, Ballau weiß 90 Berlin Trainer aktuell. Keine Ahnung, ob das noch aktuell ist, aber gibt's keine andere. Gucken wir doch mal, was die allwissende Müllhalde aka Wikipedia dazu sagt. Habe ich doch, das Daraus habe ich die Information. Achso, Daraus hast du das. Okay, dann ist das wohl so. Scheint noch so zu sein. Seit 2015 ist er dort anscheinend Trainer, ja. Liebe Grüße. Danach scheint sich nichts geändert zu haben. Er wird zumindest noch offiziell dort auf der Seite geführt. als Trainer. 110 Spiele ist schon eine Nummer. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Aber ich ärgere mich gerade ernsthaft, dass ich nicht auf das da drauf gekommen bin. Ja, wobei die Tore aus dem Spiel ja eigentlich, die sind einem ja bis zur Unendlichkeit jedem ins Gedächtnis gebrannt. Die kann man ja eigentlich da nie wieder rauskriegen. Also dieses Marco-Gebber-Tor habe ich tatsächlich noch vor, wie er da dieses Ding überlupft und das reinwichst. Das war schon sehr, sehr geil. Ich habe ihn mal im Douglas getroffen. Grüße. Naja. Weiß das auch noch daher, ich habe ja wie gesagt, das Spiel damals habe ich ja verpasst, da waren wir ja auf Schulabschlussfahrt in England und konnten es nicht live sehen. Ich habe es mir dann zehn Jahre später angeguckt, da gab es ja von der Eintracht organisiert noch mal die Vorführung, also wo man sich das Spiel noch mal in kompletter Länge im Stadion auf dem Videowürfel angucken konnte. Da habe ich das dann das erste Mal quasi im Stadion erlebt. War auch damals eine sehr großartige Aktion. Nun ja. Dann Marco Schippert. Spielen wir nicht gegen Unterhaching jetzt? Wir spielen jetzt gegen Unterhaching, wir hauen jetzt mal den Jingle rein und dann reden wir Wieso spielen wir jetzt gegen Unterhaching? über die Saison von vor 20 Jahren. Auf geht's. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Ehrenhaus! Da war Alex ein bisschen abgehängt, glaube ich, gerade eben. aber volle Lotte. Genau, wir sprechen jetzt über die Saison 99-2000 und dort reden wir über den 18. Spieltag, wo wir ran durften am Sonntag, den 6.2. 2000 gegen die Spielvereinigung Unterhaching und ja, wir sind als Tabellenvorletzter in dieses Spiel gegangen und ich sage es mal so, es wurde jetzt auch nicht wahnsinnig viel besser in dem Spiel. Wir haben in der Winterpause damals den Trainer gewechselt. Neuer Trainer dann bei der Eintracht ist der vorhin schon angesprochene Felix Magath. Und dann ging es gegen Unterhaching ran und durch so einen blöden Foul-Elfmeter haben wir das Ding dann leider 1-0 verloren und sind immer weiter unten reingerutscht. Das war dann auch gleichzeitig die siebte Niederlage in Folge. Vor allen Dingen so krass, ich gucke gerade auf die Tabelle und wir stehen einfach unten mit Haching, Rostock, Ulm, Duisburg und Bielefeld. Das sind so die letzten sieben Vereine in der Tabelle an dem Spieltag. Das ist krass. Herzlichen Glückwunsch. Dabei ist die Eintracht in das Spiel gar nicht so schlecht reingestartet, also da war auch viel Wille und Herzblut und Kampfesgeist am Anfang noch dabei, aber irgendwie mit zunehmender nicht Spieldauer und zunehmender Spieldauer beziehungsweise ich wollte eigentlich sagen mit zunehmenden ungeglückten oder missglückten Versuchen, das war das Wort nach dem ich gesucht hatte, sind wir immer so ein bisschen mehr in dieses lustlose Draben reingefallen und dann hat Haching das Ding übernommen, halt aber auch kein Tor aus dem Spiel heraus, sondern dann eben durch diesen Foul-Elfmeter ja und dann stehst du halt irgendwie blöd da am Ende. Sieht man hier irgendwo eine Aufstellung mit der wir gespielt haben? Wir haben eine Aufstellung natürlich, wir haben gespielt im Tor mit Heinen an dem Tag, keine Ahnung warum, Nikolov war auf der Bank, Hubschef, Klacht, Bindewald in der Abwehr, davor Weber auf links, Schuhe in der Mitte, Mutzel auf rechts und davor Sobozik, Held, Reichenberger und Salou. Gottes Willen. Auf der Bank noch Nikolov, Schneider, Dombi und Gebhardt und wir haben noch gewechselt in der 46. Mutzel raus, dafür Raziewski rein, in der 61. Kracht raus und Kutschera rein und in der 67. Sobozik raus und dafür Young rein. Wie gesagt, damals Trainer Felix Magath. Ja gut, die manche brauchen noch Leute. Wenn ich gerade sage, da müssen wir uns immer wieder beruhigen, dass wir keine Mannschaft haben, wo Raziewski, Mutzel und so spielen. Und Held. Kutschera. Auf der Gegenseite Haching damals gespielt mit Wittmann im Tor, davor Strehmel, Krassoff und Bucher. Im Mittelfeld Haber, Zimmermann, Schwarz, Straube und Oberleitner. Und vorne im Sturm Rakil und García. Trainer damals bei der Spielvereinigung unter Haching Lorenz-Günter-Köstner. Lorenz-Günter-Köstner. Den haben der Marvin und ich in Straßburg getroffen. Im Douglas. Nein, in einem Restaurant. In einem Restaurant. Der war sehr begeistert von Eintracht damals noch. Mit seiner Frau. War ein sehr, sehr netter Zeitgenosse. Zu dem Stürmer habe ich noch eine Frage. Wer ist der erste Stürmer gewesen? Altin Rackli, oder? Ja. Okay. Das war derjenige, der auch den Meta verwandelt hat. Den kennt man. Nun ja. Tja. Ich hoffe, dass die Eintracht trotzdem den Abstieg nach Abwände kann, gell? Das ist so spannend. Das ist... Der Eintracht muss auf jeden Fall noch was machen. Ja, auch damals wären Verpflichtungen durchaus noch möglich gewesen. Am Ende des Spieltags weiterhin Tabellen vorletzter. Punktgleich mit Bielefeld, die einfach nur noch ein noch beschisseneres Torverhältnis haben. Duisburg auf Platz 16 schon zwei Punkte weg und Ulm auf Platz 15 ganze acht Punkte weg. Die an dem Spieltag übrigens 2-0 verloren haben gegen Freiburg. Genau. Und wenn man nach oben in der Tabelle guckt, die Bayern damals Tabellen erster, Punktgleich mit Leverkusen, gefolgt vom HSV, Bremen 1860 und Dortmund. Eine Tabelle, in der der HSV und 1860 auf Champions League Plätzen sind. Das klingt alles antiquiert. Das klingt wie aus einer ganz anderen Zeit. Das könnte daran liegen, dass das auch schon 20 Jahre her ist. Es ist sogar ein anderes Jahrhundert. Verrückt. Nee, oder? Nee. Nicht mehr. Nee, ist ja schon 2000. Wir sind in der Rückrunde. Ist ein anderes Jahrzehnt, aber nicht ein anderes Jahrhundert. Können froh sein, dass nicht alle Toaster kaputt gegangen sind. Damals. In der Winterpause, ja. Ist richtig. Ist nicht dieser Hype damals, wo alle dachten, ach du Scheiße, das ist kaputt. Ja, wo sie alle irgendwie gedacht haben, dass alle Computer die Welt zusammenbricht, Dinosaurier wieder auferstehen und weiß ich nicht, wirre Menschen in den USA Präsident werden. Aber das ist ja eher heutzutage so. Ja. Damals war die Welt noch in Ordnung. Nun ja, wer hätte das gedacht. Wenn ich auf diese Tabelle gucke, dann war die Welt damals nicht so in Ordnung. Zumindest um die Bundesliga herum. Ja. Ja. Auch fraglich, aber. Na gut, aber andererseits, weißt du, wenn du auf die Tabelle guckst, außer Wolfsburg und Leverkusen, da war da halt auch kein Schott dabei. Da waren halt auch Vereine bei, wo du Bock hattest, gegen zu spielen und nicht Leipzig. Was? Unter Haching oder Unterhaching ist jetzt auch nicht gewusst. Ja. Unterhaching jetzt vielleicht nicht, aber du hattest damals Lautern, du hattest 1860, du hattest, ja, gegen HSV macht es halt schon irgendwie auch Spaß, das im Stadion zu sehen. Also da waren schon ein paar mehr Spielmannschaften dabei, wo du dir einfach gedacht hast, von wegen, ja, das Spiel kann man sich mal irgendwie angucken. Das ist korrekt. Ja. Naja, gut. Von der Liste können wir jetzt, Ulm können wir jetzt von der Liste streichen, aber, ja. Ja gut, Ulm hätte ich jetzt auch gesehen müssen. ist da halt auch. Ja, Bielefeld-Juersburg war halt auch immer geil. Ja. Die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit. Geht nächste Woche weiter, wenn wir über den 19. Spieltag natürlich sprechen und dort durften wir ran an einem Mittwoch, das war englische Woche und durften ran gegen Freiburg und da sprechen wir dann natürlich darüber, wie das Spiel ausgegangen ist. Und ich muss hier gerade noch eine Korrektur einwerfen, die die liebe Pia mir gerade eben bei Twitter geschrieben hat und ich sie einfach jetzt zu spät gesehen habe. Die 10 Jahre Übersteiger-Aktion war natürlich nicht von der Eintracht, sondern vom Eintracht-Buseo. Das ist natürlich wesentlich korrekter und macht das Ganze auch noch viel sehenswerter. Auch an der Rückschau. Ja, Liebe Grüße bitte. Genau, liebe Grüße an Pia. So, und dann müssen wir jetzt sprechen über Empfehlungen und da haben wir auch einen Jingle, den ich jetzt hier gerade eben nicht finde. Da ist er. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, und bevor wir zu den Empfehlungen kommen, gibt es hier noch eine höhere Frage, die der Eddaverden uns gerade eben noch hier reingereicht hat und die Frage lautet Wie duscht der Eintracht-Podcast? Wer wissen will, wo diese Frage herkommt, der muss die aktuelle Folge 93 hören, was sowieso immer zu empfehlen ist. Deswegen passt das hier in die Kategorie auch ganz rein, ganz gut rein. Basti hat dort in einem längeren Monolog eine Diskussion über Duschbrause in der Hand halten oder an der Wand montiert aufgeführt. Möchtest du noch einmal kurz erklären, wie es zu dieser Verkettung von komischen Situationen kam? Nö, ich habe mich einfach gefragt, wie das Leute so machen, weil ich im privaten Bereich die Diskussion hatte, wie man duscht und ich es nicht für möglich gehalten habe, dass ein Großteil der Bevölkerung scheinbar, zumindest 70% der 93-Hörer sehen das so, die Duschkopf statisch lieber an der Wand haben, als das Ding in der Hand zu haben. Das in der Hand zu haben, auf so Ideen können nur Männer kommen. Mach mal mit langen Haaren und der Duschkopf in der Hand versucht, da mal dein Haar einzuschäumen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich sage doch nicht, dass man den ständig in der Hand haben muss. Sie klackt in der Diskussion. Also, ich ziehe mich aus. Dann gehe ich in die Dusche rein. Dann nehme ich den Duschkopf in die Hand, mache mich komplett nass. Dann ist es Bartnass, weil du entweder vergessen hast, die Tür zuzumachen oder den Vorhang davor zu tun. Ich setze jetzt mal voraus, dass man einigermaßen motorisch in der Lage ist, den Duschvorhang zuzumachen oder eine Duschkabine oder was auch immer so. Dann duschst du dich ab. Dann bist du nass. Dann tust du den Duschkopf weg, hängst den hin, machst den aus und machst den aus. Ah, da wird mir ja kalt. Stehst dann da und fängst dann an. Als allererstes nimmst du dein Zeug fürs Gesicht. Das machst du rein, lässt es einwirken, schön mit Teer und was weiß ich was. Dann nimmst du dein Shampoo, lässt das auch einwirken, wäschst dir kurz die Hände, nimmst das Duschgel, machst es in einen Schwamm rein, hier in diese Plastikschwimme da, die es beim DM gibt, seifst deinen ganzen Körper damit ein bis überall, bla bla bla, an jeder Stelle, an jeder Stelle, überall, seifst du dich ein. Ja, ist korrekt. Dann machst du die Brause wieder an, nimmst den Duschkopf und duschst dich quasi komplett überall, in allen Winkeln, duschst du dir die Seife ab, um dann ein sehr, sehr tolles Sauberkeitserlebnis zu haben. Ich habe aber jetzt gehört, dass ich tatsächlich einer der wenigen bin, der das so macht. Also, ja, also ich könnte es doch auch nicht duschen. Zum einen mag ich das, wenn das Wasser von oben auf mich runter rieselt und der Duschkopf dabei an der Hand ist und ich beide Hände Zeit habe, um durch meine Haare zu wuscheln, um nachher den Duschschaum von allen Stellen auch wieder abzubekommen. Da muss man die Brause schon mal in die Hand nehmen. Das ist korrekt. So, darum geht es doch. Ja, aus der Situation herausgeboren, dass wir keine Duschkopfbefestigung an der Wand haben, habe ich den Duschkopf auch während des Duschvorgangs in der Hand. Kann aber auch den anderen Punkt nachvollziehen, das habe ich nämlich auch extrem gerne. Einfach mal wirklich, wenn so ein Duschkopf statisch an der Wand ist, einfach mal in ordentlich heißem Wasser mal fünf Minuten einfach da drunter zu stehen und mal einfach nur den lieben Gott und guten Mann sein zu lassen. Das mache ich am liebsten bevorzugt dann, wenn ich irgendwo auf Dienstreise bin im Hotel, weil da kostet mich das Wasser auch nichts. Ihr dürft nichts, das dürft ihr nicht falsch verstehen. Darum geht es gar nicht. Das mache ich auch gerne. Ja. Es geht nur darum. Es geht rein um den Reinigungsvorgang. Es geht die Reinigungsvorgang. Natürlich, wenn ich im Fitnessstudio bin, dann stehe ich auch so da drunter und dann denke ich auch geil und natürlich, darum geht es gar nicht. Es geht um den Reinigungsvorgang, der meiner Meinung nach nicht komplett zu beenden ist, ohne dass du einmal in diesem Vorgang, zumindest wenn du das alles abwäschst, am Ende, das Ding in die Hand nimmst und alles abspülst. Da gebe ich dir vollkommen recht. Du musst jetzt komplett warten, bis dir das Wasser durch jede Ritze dreimal gelaufen ist. Kommt es ja nicht hin. Eben. Da muss man schon mal ranhalten. So, danke. Aber, als ich jetzt mit meinem Freund hier in die gemeinsame Wohnung eingezogen, was seine Wohnung ist, also quasi bei ihm eingezogen bin, da gab es eine Badewanne und der Duschkopf war neben, wo die Armatur ist, lag der drauf. Und wenn ich duschen wollte, musste ich das Ding in der Hand halten. Solange da Wasser rauskam, ging das nur in meine Hand. Das ist eine nicht erträgliche Situation für mich gewesen. Deswegen hängt jetzt bei uns das Ding auch an der Wand, aber so, dass ich es auch in die Hand nehmen kann. So, und da haben wir doch die Ideallösung. Ja, so muss es sein. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen. Dann hätte ich jetzt aber nochmal eine andere Frage, wenn wir schon bei dem Thema Duschen sind. Regendusche, ja oder nein? Das ist für, wenn es eine zusätzliche Option ist. Also, das kann, das ist vielleicht, das geht für mich eher in den Wellnessbereich dann. Ja. So. Okay. Ich kann auch als Zusatzoption mit dem Ding einfach nichts anfangen. Nö, wenn ich es haben könnte, dann würde ich es nehmen. Aber das kann auf gar keinen Fall nur das Einzige sein. Ich mag ja die Düsen, die neben so in der Wand sind, wo dann so von allen Seiten das Wasser kommt. So, und da kommen wir in den Next Level Shit, genau. Eigentlich müsste das wie in einer Waschanlage sein, dass du selber gar nichts mehr machen musst. Wo so ein paar Bürstchen noch rausfahren. Aus der Wand fahren, genau. Die waschen überall. Wo du schon vorher kommst und mit hier Insektenlöser drüber gehen und mit dem Schwamm da einmal dich von oben bis ohne abwischt. So ist es. Und dann am Ende dann bläst sich auch noch einer trocken und dann ist doch alles in Ordnung, Alter. Das mache ich, das gebe ich jetzt nur hierzu. Das habe ich bei 3,90 noch verheimlicht, aber wir scheinen ja sehr, sehr intime Gespräche hier gerade zu sein, wo wir uns überall reinigen. Ich muss tatsächlich, es kommt auch vor tatsächlich, dass ich mich im Schritt auch föhne dann am Ende, weil ich keinen Bock habe, da alles irgendwie so abzutrocknen. Das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn ich mir einen Schlafanzug anziehe. da ist es, das ist nicht nur eine gründliche Reinigung, sondern auch eine glücklichere Trocknung, wenn man die Option hat. Das mache ich nicht immer, weil das ist. Ich habe eine Folge geduscht. Ich glaube, ich dusche gleich noch mal. Das mit dem Föhn, das muss ich mal probieren. Das macht das wirklich. Das ist geil. Das ist super. Das fühlt sich wie ein Baby. Ich habe eine Folge mit dem Föhn im Schritt. Ich glaube, das ist einfach so ein kleiner Teaser, der zieht. Sehr gut. Also, um das wieder auf diese wissenschaftliche Komponente zu bringen, alle Stellen für die beiden ihr selber mir jetzt auch Gott sei Dank Verständnis gezeigt habt, die man nur mit der Handdusche abseifen kann. Genau diese Stellen föhne ich ab und zu auch mal ab, wenn ich Zeit habe. Das ist auch noch sehr angenehm, die Wärme. Naja. Das hat ja eine Wendung. Ich bin sehr erleichtert, muss ich sagen, dass ich jetzt hier mit euch bin. Ich war gestern tatsächlich schockiert, dass ich mit vier Leuten da bin. Also, ich bin der Vierte und drei andere nicht mal im Ansatz verstanden haben, was ich meine. Es gab schon Leute, die gesagt haben bei Twitter, die geben ihre Karten für 3,90 live ab, weil sie keine Lust haben mit 70% Schmierfinken. Naja, gut. Das lässt mich noch, diese Sendung war für mich heute wie eine warme Dusche. Vielen Dank. Auch ein schöner Sendungstitel. Eine Folge wie eine warme. Ja, ich glaube, Alex hat da den besseren Titel ausgewählt, um Hörer zu gewinnen, die vielleicht sonst mit Fußball mit zu tun haben. Wir müssen auch mal ein anderes Publikum erspießen. Mal andere Zielgruppen ansprechen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Jetzt haben wir diese Hörerfrage hier beantwortet. Jetzt müssen wir irgendwie noch zu unseren Empfehlungen kommen. Ich weiß nicht, Basti, hattet ihr bei Verurteilt schon eine Folge, wo es irgendwie um Mord in der Dusche oder so ging? Mord in der Dusche, nee. Aber ich kann das, empfehle ich das jetzt ganz schnell. Morgen kommt die neue Verurteilt-Folge raus oder beziehungsweise wahrscheinlich kommt die Folge auch jetzt morgen raus, also heute dann. Ja. Neue Folge Verurteilt mit einem sehr, sehr interessanten Fall. Gab es da auch schon mal nicht interessante Fälle? Darfst du es schon die Katze aus dem Sack lassen? Ich spoiler das. Ich weiß jetzt, ich habe ein bisschen Namen gerade entfallen, aber Jens Söring heißt der Typ, glaube ich, dieser Johnny, der da 30 Jahre in den USA war und jetzt wiedergekommen ist. Der angeblich seine Schwiegereltern angeblich umgebracht hat, saß 30 Jahre in Amerika im Gefängnis und wurde jetzt ausgeliefert. Ist irgendwie vor ein, zwei Monaten hier ganz prominent am Frankfurter Flughafen empfangen worden. Ah, ja, ja, ja. Einige offene Fragen versuchen wir zu beantworten, können nicht alle, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay. Sehr schön. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich hänge immer noch ein paar Folgen hinterher, aber ich versuche, gebe mir größte Mühe aufzuholen. Mal gucken. Aber die werden ja nicht, die werden ja nicht alt und nicht schlecht, die Folgen. Die werden ja nicht schlecht, so ist es. Kannst du auch im Fernsehen gucken, habe ich jetzt gesehen. Ich war ja ganz, ja, aber wenn ich, ich war ja ganz überrascht. Wenn ich spazieren gehe mit dem Hund, habe ich selten einen Fernseher dabei, deswegen ist es dann doch tatsächlich mit Kopfhörer auf den Ohren irgendwie einfacher. Ich sitze gern frisch geduscht und geföhnt auf der Couch. Das ist eine neue Bewegung jetzt, Alter. Ja. Diesen Podcast dürfen Sie nur hören, wenn Sie frisch geduscht und geföhnt sind. Überall. Bedingungen. Überall geduscht und überall geföhnt. Großreine machen im Eintracht-Podcast. Gottes Willen. Naja. Gut. Die Hygiene-Folge. Gut. Also du empfiehlst Verurteilt. Ich empfehle die aktuelle Folge des Heimspiels. Da ist nämlich der Herr Marvin zu Gast. Das war doch gestern schon. Das ist ja. Das ist richtig, aber wir nehmen ja heute erst auf und nicht gestern. Deswegen konnte ich es ja gestern noch nicht empfehlen, sondern muss das heute tun. Du könntest ja auch die nächste Folge empfehlen. Beide. Gut, dann empfehle ich auch die nächste, die ich noch nicht gesehen habe. Du solltest regelmäßig Heimspiel gucken. Und die auch noch nicht aufgenommen wurde, aber man sagte mir, dass dort auch ein ganz wunderbarer Gast oder Gästin anwesend sein könnte. Also von daher Heimspiel diese Woche nächste Woche. Ja, und ansonsten empfehle ich noch, weil ich gerade wieder angefangen habe, es zu schauen. Und könnt ihr vielleicht noch kurz sagen, wie ihr zu dieser Serie steht und zwar Mesh. Habe ich nie was mit zu tun gehabt. Ich habe tatsächlich hier so eine altmodische DVD-Box von Mesh noch stehen, von der ersten Staffel, weil mir das schon mal jemand empfohlen hat und mir dann die DVD-Box ausgeliehen hat, die ich weiß leider nicht mehr, wer, sonst würde ich da noch zurück. Hol's ab! Wem auch immer ich sie schulde, ich würde sie gerne loswerden. Ja, nee, ist nicht meins. Ich tue mir schwer mit so Sendungen von früher, die ich früher nicht geguckt habe. Mit denen kann ich heute nichts mehr anfangen. Also mit Ein Gold für alle Fälle habe ich früher geguckt, finde ich heute immer noch geil, aber Sachen, die ich früher nicht geguckt habe, jetzt noch mal gucken, das ist nicht meins. Okay, ja, gut. Ich habe die schon bestimmt alle irgendwie fünf, sechs, sieben mal geguckt und ich habe jetzt irgendwie wieder damit angefangen und es macht nach wie vor noch große Freude, von daher einfach mal exterplastisch. Die DVD-Box, Sie können Stiffer kaufen. Einfach mal exemplarisch, schaut mehr auch alte Serien, da sind immer noch so ein paar ganz hervorragende Schildblüten mit dabei. Ja. So ist das. So ist das, so ist das, so ist das. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Nö. Ich habe nichts zu empfehlen. Ich habe, das Buch, was ich aktuell lese, ist nicht so unglaublich geil. Was habe ich noch? Serien, auch nichts. Nö, glaub nicht. Serien? Kennt ihr Sex Education? Nee, habe ich jetzt lang nur von gehört und einen Trailer gesehen, aber mehr noch nicht. Da ist nämlich jetzt diese Woche die zweite Staffel rausgekommen. Habe ich gelesen. Das ist sehr kurzweilig. Okay. Läuft nur auf Netflix, glaube ich, ne? Läuft nur auf Netflix, wenn man, wenn man einfach nur unterhalten werden will, ist das, ist das gut. Sollte jetzt keiner große Erwartungen an, also das ist nichts für den nächsten Oscar, aber um sich gut unterhalten zu lassen und dabei abzuschalten, ist das eine, eine sehr gute Sendung. Okay. Gut. Habe ich mich jetzt noch nicht näher mit befasst, aber so Serienempfehlungen funktionieren ja immer mal, glaube ich, ganz gut, aber ich habe eine ewig lange Watchlist noch von Dingen, die ich noch entweder gar nicht angefangen habe oder noch zu Ende gucken muss. Das ist bei mir immer so ein bisschen das Problem, aber ich werfe da mal einen Blick drauf. Gut. Dann haben wir, glaube ich, unsere Empfehlungen an der Stelle auch schon durch und dann hat uns der Benedikt gerade eben noch eine Info reingereicht. Die ist jetzt ganz tauffrisch und ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, dass Ferner Batsche so ein bisschen ein Problem hat mit dem Financial Fairplay und die jetzt nachweisen müssen, dass sie die Ausgaben für die Laie von Follett mit Einnahmen wieder auffangen können. Ansonsten ist hier Kommando Zurückmarschmarsch. Ja, können die doch dadurch machen, dass sie uns Max Kruse verkaufen. Win-Win für alle. Also ich muss ja sagen, ich kann dieses Financial Fairplay, ich kann das nicht, ich kann das nicht ernst nehmen. Das ist genauso, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben, hier, keine Ahnung, Trainerlizenz von Jürgen Klinsmann, ja, weil er irgendwelche Lehrgänge besucht hat. Es sind da jetzt auch alle Statuten erfüllt und ja, Leipzig erfüllt auch alle Statuten, die die DFL an Vereinen hat. Also das ist da, ihr bescheißt euch doch alle selber und irgendwas wird nächste Woche auch wieder kommen, weswegen, keine Ahnung, weswegen auf einmal irgendjemand Geld spendet und es dann doch geht es doch. Ja, da gehe ich mit. Also im Endeffekt trifft das Financial Fairplay nur die Falschen, weil die ganz großen Straftäter, die gehen dann einfach mit Infantino mal essen. Das kann man übrigens in Football League 2 jetzt gut nachlesen und dann erledigt sich die ganze Geschichte. Ja, wollte ich auch mal sagen. Ja, das geht nur an, was alles bei PSG passiert. Das ist doch alles. Das ist ja, du hast halt so ein paar kleine Vereine, da gucken sie irgendwie sehr genau drauf und dann hast du irgendwie die Großen, die im großen Stil einen Scheiß geben da drauf und da passiert halt exakt gar nichts, weil sie halt über irgendwelche Lobby-Geschichten und so weiter sich dann da rauslamieren. Aber hier müssen wir jetzt, beim Fallett müssen wir jetzt mal ein Exempel statuieren, gell, das geht so nicht. Also lächerlich, jetzt da irgendwas zu machen und sich den Neymar-Transfer anguckt mit irgendwelchen Marketing-Verträgen, die angeblichen Wert haben von 300 Millionen. Das ist ja alles, also kann ich nicht ernst nehmen. Ja. Ja, also ich bin mit Football Leagues 2 noch nicht ganz durch, weil ich das auch immer nur so in Happen lesen kann, weil je nachdem, was dann, an welcher Stelle ich da gerade bin, einfach so immenses Kopfschütteln bei mir einsetzt über diese Vorgänge, die da passieren. Oder ja auch denkst, es kann nicht wahr sein, dass man diesen Sport, also eigentlich müsste man diesen Sport gar nicht mehr gucken mit all dem Scheiß, den die da irgendwie abliefert haben. Aber dann kannst du wahrscheinlich auch überhaupt keinen Sport gucken, weil das auch überall nicht viel besser ist, gefühlt. Gut, dann sind wir für diese Woche dann auch schon durch. Eine etwas schnellere Folge, das liegt vielleicht auch daran, dass die beiden Diskussionsbären, Marvin und Dennis, diese Woche nicht dabei sind. Diskussionsbären, nach Veggie-Bären haben wir jetzt hier noch die Diskussionsbären, mal sehen, was uns da noch so einfällt. Nächste Woche sind die hoffentlich wieder mit dabei, dafür setze ich dann mal aus Gründen nächste Woche aus. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir ganz normal am Dienstag aufnehmen und die Folge am Mittwoch veröffentlichen werden und in der Woche drauf müssen wir ein bisschen rotieren, weil da ist ja Pokal, über den wir dann nächste Woche auch noch sprechen müssen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche, genießt das erste Heimspiel der Rückrunde am Samstag gegen diese Menschen da aus Leipzig und dann sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! ETYD 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 ÄTYD barre ETYD 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 rained ih Hey, hey, Elkanaband, boy Hey, 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 Elkanaband, boy Hey, 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 Elkanaband, boy